Mann, wer Schwein. Okay. Das war ein E-Sex. Ähm, okay. Oh, 5, 5, 5, 100 Hosen. Ein Stein. Okay. Der Weg kann sich auch eingestellt werden. Wofolz. Ah. Oh, Floski. Genau, sie hießen die. Was, was am Abend? Barbarenbrücke. Was hast du? Schauen wir das auch auf. Auch im Schiff serادlich. Bist du? Das ist normal. Scheiße, scheiße. Aufmachen und gehen. Am besten was daran machen und dann gehen. Verstopfen einfach alles. Der Marschütter. Voll schnell. Der Schrein ist. Das ist ein Pokémon. Stegemona-da. Wie kommen sie daran? Ich streiasz mich, die Friede so für ein Wurzeln. Ich stand in all auf euch, Herrier. Ich streiasz dich an Ihre Gierkeine. Ich streiasz mich, nein, 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 nein. Du sollst du dich sein, dass du dich für ein Unbekannte. Du sollst du dich, du einer Frosz-Gierk, ich meine Riener. Du sollst du dich, du andest. Was in your R? Das kann man machen. Fast travel! Dann hör ich mal auf. Ich bin jetzt da am zocken. Ahoy, Mabelbeard! You should leave the comedy to me! I am a Pirate King! Oof! We really know how to draw a crab! Oh! Oof! Boah! Hoho! Ich hab überhaupt nicht okay. Was ist das denn? Ich hab nicht mit dem Arm gewusst. He! Ah! Oh! Okay! Oh je! Oh je! Oh je! Die Sturpedie Waffe! Danke! Ich bin hier auf Fortnite! Ich glaub ich trau mich nochmal da gegen ihn. Al Gore. Und wie? Ich bin der Pirate King! Ich bin geboren! Pfff! Hm. Hä? Zerstör den. Geh einbündnis mit den Gostkern, äh, hey, zerstören. Hey. Keine Ahnung. Was ist der letzte Arsch? Ich will den nicht. So, warte mal. Ich, äh, höre ja gleich auf. Ich will erstmal nochmal, nochmal, nochmal trauen gegen den zu kämpfen. Was kann denn der Stan? Guck mal. Kai und, äh, das Ding, das gibt's auch noch. Okay. Todesmarkierung. Stan zeigt mit dem Laserpointer den Weidlöfer auf den Schritt des Ziels und lässt Sparky angreifen. Es ist Sparky. Stan wird einen typischen Diskurs auf dem Ziel. Der Diskurs kann mit 10 weiter fliegen. So, Stan wird, um, schaltet. Es wird erst 10 freigeschaltet. Wir legen mal fest, weil er hat den Professor Chaos, den können wir gut gebrauchen. So, Speichern nochmal. Und, los geht's. Oh, you're back, Junior Algorion. But why hap- Yo, dog. Can't I just go right back home after the flight so I don't get grounded? Now, let's see how you like sitting through a whole presentation on global warming. Hey, I blocked it. Ha. You cannot escape the scientific certainty of global climate change. Ha. 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 Oh, you can't really close the same thing, yes? Oh, it's a clear thing. Oh, I can see how you like dealing with me. Let's see how you like dealing with me! Bleh! 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 Oh, blitz! Au! Was, wie wenig! Excelsior! Oh, wie ist das jetzt abgezogen? Protect the former sword of President! President! Ah! 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 Hostile is taking his sweet time! Hmm. Feel my righteous fury! Ah! Nice. Ah! 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 That hurt! Medic! Gortastic! Ha! Was? Ich nehme an der! Ja! I'm low on enchiladas, but I think I can hold out! I'm hit! Ah! 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 Hmm. I'm low on enchilada rations, but I think I can hold out! Maybe I can hold out! Maybe I can't feel my legs! Oh! Ah! Wie schnell es geht! Man down! Ah! Nein! Nein! Tango down! Nein! Fast hätten wir ihn. Du bist zurück, Junior Algorian! Meine Blocken war scheiße. Ich mag nicht, dass ich umgekehrt bin. Jetzt schauen wir uns, wie du über eine ganze Präsentation auf globale Wärmung bist. ... ... ... ... ... ... ... ... Oh! Oh! Bäh! We feel my righteous fury! Ouch! Excelsior! Protect the former sword of vice president! So... Ah! Ah! Das ist ein guter Zug gewesen. Ähm... Immer noch ein Machtdrank. Und dann... I feel my righteous fury! Ah! Ah! Man, das geht so schnell! Ah! I'm hit! Ah! I heard act! Gornacastic! No 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 no! Niva! Hostile is taking his sweet time! Ah, that wasn't so good. The Machtrand would be not bad again. Oh, that's chaos. Come. Let's do it again. Hmm. Ha! Taking fire! Hey, I block it! Yeah! The shield is not bad. Oh, man! I just did it again. Yeah. So, it's a standoff! Feel my righteous fury! I can see your light! It's beautiful! Yeah! Yeah! You didn't fool me for a second, Man-Bear-Pig! I'm a bull. I'm a bull. I'm a bull. I'm a bull. Get back! Hehehehe! Ha! Wah. Ah! Aah! Ah! Go, Orchasm! Ah! 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 Oh man Ouch Hassle is taking a sweet time I can't feel my legs So it's a standoff I'm low on enchiladas but I think I can hold out Hassle is taking a sweet time Oh man Oh man Nein Ha Ah Hey I'm low on enchiladas but I think I can hold out Oh man What's the matter? Nein Oh nein Oh man 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 Hmm... Hmm... Hey! Das war so fies, ne? 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 Oh, ne? Entschuldigung dafür Da kommen wir gleich zu Obwohl... jetzt können wir auch dreck machen Aber wir... Ahh, wir haben keine gute Uniform Das ist echt scheiße Aber schluckscharf und nass Ja, ich komm Mist, das hat es geruckelt So, jetzt Butter Ich ging schnell Weil der ruckelt ein bisschen Weil ich gerade was im Hintergrund renne Das ist immer so Zipu Feuerzeug Nice Boah, es ist mega monke Ich wollte was machen Und zwar kleine Angelegenheiten Angelegenheiten Wie beispielsweise Ja, okay, ich verrate das nicht Speichern mal Weil es gibt einen bestimmten Weg Den man da einhalten muss Um an einen bestimmten Ort zu kommen Scheißer, ich bin auch Hier reinkommen Ja, ich denke wir sollten probably go that way Ich dachte, ich kann euch da vorbeischleichen Ich trecke es gut Was war es zu spät? Ja, dammit Oh, Watt, das ist tot Mist Ach, nö Das ist der Abfuck, ey Das ist verdammt nicht Das ist der Abfuck So Hammer das Trotz Der Gott Ich hoffe, die bleiben auch tot Weißt du Ich hoffe, die Eltern kommen nicht Oh, wenn ich wüsste, wo es Was? Was? Die biesige Schweinbeer, Mann Ey, Gor, lebt da nicht mehr Oh Jetzt sind wir Oh, wir sind an der Farm Vielleicht sollten wir nur bleiben und warten, um jemanden zu retten Weißt du, was? Richtig Hm... Rechts Ober Ober Rechts Keine Ahnung Ja, ich glaube, wir sollten da gehen. Den wahren Herrn annehmen oder den wahren Herrn abschmüllen? Schlimmer. So creepy, Alter. Ja, zicke bei Facebook. Spechti, Stachelschweimi, Fuxi, Meisi, Waschbär. 55 Freunde, Vorteil verfügbar. Ich guck mal. Vorteile. Haben wir drei Stück? Sollten wir was machen, ne? Kriegsfuhrz, Deiner magisch angefangen mit nahen Distanzen bewirken zwischen Schaden. Kraft aus. Mal wenn Du Deine Waffe einem magischen Angriff bezuführst. Mh-hm. Mh-hm. Den mischen wir mal, der ist gut. Schön. Mh-hm. 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 Mh. Mh wenn Du mit Deiner Waffe einen magischen Angriff durchführst, wären ein paar tp aufgefüllt. Mh. Mh. Hört sich auch... Nein! Wirst du das? Ja. So. Haben wir drei Vorteile gefallen, scheiße. Krass. Das war erst mal der Anfang. Das müssen wir hier rausfinden. Ah, das war's mit dem Schweinbeermann. Du scheiße. Ah, der Köscher. Okay. Nein! Ich hoffe, dass du schnell nicht wachst. Ähm... Ähm... Boah, Alter. Du hast einen echten Schaden. Zu spät. Warum muss man früh einsetzen, ey? Ja... Nein! Jetzt kommt der Nächste. Du bist zu spät. Du bist zu spät. Jetzt ist ich verarschen. Oh Gott, ich hab ein Feuer. Oh ja. Äh, äh... Was? Die Musik auch nicht mehr zu. Äh, äh... Gut. Du bist zu spät. Bist du zu spät? Alter... Wie viel denn noch? Betreiben ja nicht, ne? Bist du zu spät? Buy the Hammer of Butters! No, no! Oh, no, no! Oh. Oh. Gut. Level 9. Krass. So, wir sind ja auch auf der Farm. Ansonsten holen uns unsere Eltern uns ab. Das wollen wir ja nicht. So, das war vollständig. Trombolen.